In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Bezuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringt Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!